Tag, heute ist Mittwoch, der 9.3.2016. Ich habe frei heute und ich ärgere mich gerade. Ich bin gerade von der ersten Gassi-Runde zurück mit Cookie. Ich habe das Handy nicht mitgenommen, weil es an der Steckdose hing und aufgeladen wird und habe dann überlegt, ob ich die Kamera hier mitnehme und habe dann gedacht, ach scheiße, was kann denn sonst jetzt, da gehst du so schnell. Und dann habe ich mich ziemlich schnell geärgert, weil morgens um die Zeit, wenn wir mal rausgehen, sieht es draußen sehr schön aus. Die Sonne ist gerade so aufgegangen. Man sieht reif auf den Grasflächen und es sieht kalt aus und die Sonne verbreitet aber eine angenehme Lichtstimmung und ist eigentlich immer ganz schön. Ich habe nicht nur einen Kratzer auf dem Objektiv, sondern auch Dreck. Übrigens ist das beste Brillenputztor, was ich je gehabt habe. Das war keine Schleichwärmung. Doch, eigentlich schon, aber nicht gewollt. Oder so, keine Ahnung. Das war nicht. Ich sehe alle. Das war nicht so. Okay, wer von euch feuert mich laufend einfach an Tastik an? Macht ruhig weiter. Ja bestimmt, aber ich kann leider auch noch nicht sagen wann. Da ist da einmal die Rufumleitung hier drin. Klingelt auch ständig die Idee davon. Und das beste ist, ich habe polnisches Netz hier drin. Also kostet mich dieser scheiß Anruf auch noch Geld. Fuck it! Mann ey! Scheiß Termin als Sprachen kann man doch wohl per Mail machen. Da muss man mich noch nicht anrufen. Man, don't call me. Better call Saul. Mann ehrlich. Ich habe mich völlig raus. Ich brauche diesen scheiß Anruf jetzt. Die Länge ausgekühlt. Echt sehr schön. Aber selbst hier so weit ab von Schuss sieht man wohl. Seht ihr da unten die Plastikflasche? Cookie? Nein. Cookie aus. Komm. Na los komm. Los. Hier. Hier. Ne nicht. Da sollst du saufen. Du Troller. Hier. Hier. ganz schön kalt war so zurück vom laufen schon geduscht und so nachher muss ich noch kurz einkaufen gehen nur ein paar kleinigkeiten ich war gerade einkaufen netto und da gibt es jetzt hier ein kino und schieres an aber ich glaube das war nur im aktionsangebot oder so also wird es nicht ständig im sortiment geben schade sojamilch hatten sie ja auch mal im aktionsangebot hat sich irgendwie auch nicht durchgesetzt das muss ich wegen soja mich immer extra losfahren noch mal 17 uhr 3 kurz vor 18 uhr ist sonnenuntergang also haben wir noch ein bisschen zeit bevor folgt mit cookie losgehe ja noch käffin trinken abends noch weniger seit morgens ein phänomen was nie aufstehen wird partner look ja der sonnenuntergang war jetzt leider nicht so schön wie ich erhofft habe morgen kommt jens ich wir haben ein bisschen was zu bequatschen und zu planen und wisst ihr was das war es jetzt für heute ich gehe jetzt wieder zurück nach hause muss dann ein paar sachen erledigen das wird ja eher langweilig ich werde sicherlich noch ein paar sachen aufnehmen und das vielleicht noch hinten ran hängen oder nicht ihr werdet sehen ja und ich danke euch für eure aufmerksamkeit und sage bis morgen tschüss tschüss Um, 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 um. Kuki, dann bin ich mit dem Schilder gestalten zu. Das habe ich gesagt. Ich komme jetzt von Freunden in meinem Leben. Kuki, halt! Jetzt habe ich es geahnt. Ah, Kuki, ich will mich nicht wieder retten. Aber ich gebe mir einen Bock drauf.